Babab, babab, bab, bubub, bibib, babab, bib, bubub. Hello, 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 hello. Helas. He, 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 helas. Mein Name ist Dimitri Zdoubakis. Austausch Barkeeper aus Griechenland. What's poppin', guys? What's poppin'? Das ist ja schon mal richtig dumm. Da will ich dann in den Punching Ball gehen. hallo das ist jetzt eigentlich keine die gestützt aber ein bisschen gesundheit hochstecken bisschen ausdauer hochstecken so energie der kocht wieder nichts sehr geiler durch egal dass er wieder nichts kocht hat also das ist so ein fauler schwanz unfassbar der macht nichts nichts machte nichts gar nichts net net nada aber naja was soll es freunde können wir den nächsten kampf machen übermorgen das ok trainieren wir jetzt noch mal wir kriegen täglich 100 wir kriegen täglich 100 rum glaube ich ist das sind die sterne rum das sollt reichen 100 rum 100 dann können wir morgen gegen ihn kämpfen äh wait mal a second wir können ja hier eigentlich auch schon wieder was machen oh 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 mit einer deiner schläge von einem gegner geblockt oh nein wir brauchen das damit wir den kriegen senkt die blockschuss deines 30er gegnerls das ist glaube ich ganz geil das ist glaube ich ganz geil 나�ki erste runde knock out silver du kack bot richter und elves Ach so, am Morgen. Schaffen wir das unter einem Jahr? Schreibt es mal jetzt mal in die Kommentare. Ob wir es schaffen, das Game in unter einem Jahr durchzuspielen. Ja, aber ist possible, oder? Ich glaube kaum, dass wir jetzt nochmal 30 Folgen brauchen. Bis wir ein Game durchspielen. Ich glaube, wir brauchen jetzt vielleicht noch maximal 5 oder 6 Folgen. Maximal. Beziehungsweise kommt es jetzt darauf an, wie hart wir reinjoken gegen Rio und gegen Hulk. Ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass der Hulk Hogan ein ziemliches Brett ist. Wenn ich ehrlich bin. Und auch der Rio. Aber wobei, eigentlich muss ich sagen, wir schaffen immer 4, 5 von diesen scheiß Piraten zu verdienen. Und Leute, falls ihr euch fragt, warum kämpft er nicht mehr gegen die Piraten? Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich für die Pizza. Ja, für die Talentpunkte. Wird sich's vielleicht lohnen. Aber ganz ehrlich, diese Ausdauerkämpfe. Aber dadurch, dass wir jetzt ja 4 oder 5 Piratenmeisterschaften schaffen, fühle ich mich sehr, sehr confident. Eigentlich dafür, dass wir den Easy schaffen. Also wir hauen jetzt ein Rio aufs Maul. Auch wenn ihr hier Kin heißt. Aber wie gesagt, das haben sie ja umgeändert. Dem hauen wir jetzt auf die Fresse. Und dann sehen wir weiter. Das können wir jetzt noch nicht hernehmen. Das können wir erst dann auch hernehmen. Ja. Der hat halt 400 Leben. Aber normal sollte das easy gehen. Easy. Erster Knocker ist da. Oh, der hat uns ein 21er Hit gegeben. Ein zweiter Knocker ist da. Wichtig. So. Der ist schon auf unter der Hälfte. Auf unter der Hälfte, Jungs. Deswegen. Nehmen wir jetzt einmal. Ihn raus. Und nehmen ihn mit. Wir gehen komplett auf Ausweichen. Der darf uns nicht treffen. Bobob. Bob. Wir drainen dem die Ausdauer runter, dass gerade so staubt. Ja, aber solange wir nicht auf 100 sind, gehe ich nicht nochmal auf 2 Angriffe. Ich glaube, so ist okay. So ist okay. 20er Hit. Können wir leben damit. Ja, easy. Der ist absolut easy. Den machen wir. Jetzt hätten wir auch wieder einen zweiten Ding mitnehmen können. Ja, aber das haben wir. Batsch. Also da fühle ich mich confident. 3000 Dollar. Junge. Was ist das hier? Jetzt ist die Frage, wie viel brauchen wir gerne Hulk? 2500? Ja, hab ich mir gedacht. Ist aber okay. Ich meine, da könnten wir jetzt zweimal die hier schmeißen, dann sind wir instant bei ihm. Aber. Lohnt sich das? Wir machen jetzt auf jeden Fall mal eine Party. Das können wir machen. Wir können jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Party schmeißen. Das können wir, das können wir auf jeden Fall machen. easy. Jetzt brauchen wir, ja, vier Tage. Jetzt brauchen wir, ja, vier Tage, damit wir, ja, wir müssen zu Apu, hilft nix. Jetzt müssen wir zu Apu. Ähm, vier Tage, damit wir gegen Hulk kämpfen können. Hulk Hogan. Hogan. Schwogen, Bogen. Ja. Also von dem her, die pumpen wir jetzt die ganze Zeit. Wir pumpen jetzt durch. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Bop, bop, bop. Boah, Freitag, Jungs. Es ist jetzt mittlerweile kurz vor vier. Ich hab schon ein Stündchen pennt, ne, aber, boah. Freitag hittet bei mir mal anders, obwohl ich echt Urlaub gehabt hab, aber. Ich hab jetzt im Urlaub halt einen Tag auspennt. Von eineinhalb Wochen Urlaub hab ich genau einen Tag auspennt. Pff. Und mein Schlafrhythmus ist so komplett gefickt. Aber schon seit Wochen. Ich penne vor halb zwei nicht. Es ist so schlimm. Und ich muss halt aber. In der Früh trotzdem aufstehen. So um halb sieben. Also irgendwie. Ich kann nur tagsüber pennen. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nachts nicht pennen. Das fuckt mich so ab. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie hart mich das abfuckt. Hey, ich glaube auch, dass mir hier. Ich will hier gar nicht mehr auf einen Neuen kommen irgendwie. Ich glaube, ich will das einfach nur noch weiter improve. Hier auf neun. Vielleicht dann für ein Endfight. Oh, hey, hey. Stopp, 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 stopp. Vielleicht dann für ein Endfight. Aber so? Oh, scheiße. Ich muss noch Schatzü wieder hier 300 Dollar im Rachen schieben. Schatzü. Komm mal her, du. Ich pumpe dir wieder 300 Dollar im Rachen. Ach, jetzt geht's auf einmal oder was? Ist das vielleicht, weil ich hier immer... Wait. Ich teste jetzt mal was. Ist das vielleicht immer, wenn ich irgendwie Cap auf was bin, dass er nichts mehr macht? Kann es sein? Ich meine, irgendeinen Grund muss doch haben. Boah, ich würde gegen Hulk Hogan halt wirklich gerne... Ähm... Mozart, sorry. Ähm, ich würde gegen Hulk wirklich dann den Roundhouse Kick aber gerne haben erst. Das wäre schon geil. Das wäre schon sehr geil, gegen Hulk... Den Roundhouse Kick zu haben. Das Ding ist, gegen ihn bräuchte man viel zu viel Kämpfe noch. Gegen ihn bräuchte man ewig viel Kämpfe noch, dass wir den kriegen. Eigentlich so vom Ding her müsste man die Piraten nochmal fighten. Natürlich bloß bis zu vier, ja. Ja, das ist klar. Hm. Ah, keine Ahnung. Einmal noch Piraten bis zu vier. Dann nochmal Silver. Und dann nun Hulk. Das könnte man nicht machen. Aber das machen wir jetzt auch, glaube ich. Ja. Ich glaube, das können wir jetzt auch machen. Ich glaube, das ist okay. Wir haben halt schon wieder einen Zehner-Hit von dem Arsch gefressen, ne? Das nervt mich schon wieder. Noch ein neuner-Hit. Warte. Jetzt noch einen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich auch noch vergessen die Skills. Das ist zum Beispiel das Nocturne, sondern aus. Ah, armlose nicht. Ja, wir müssen bloß bis zu vier kommen. Fuck off. Wir müssen bloß bis zu vier. Ist okay. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht doch auf neunen sollten. Ah, ich weiß es nicht. Sollen wir da bis zur neun noch hoch? Na, ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe keine Ahnung. Leider, 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 leider. Hey, ich weiß nicht, warum tun wir uns jetzt gerade so schwer? In diese Vollidioten. Was ist das? Kann du please just stop it? Was ist das? Danke. Ja, fortfahren. Wir müssen da jetzt einmal durch. Ich nehme ihn jetzt nicht mit, sondern nehme ihn mit. Bam, 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 bam. Schöne Hits, schöne Hits, schöne Hits, Ingo. Ne, scheiß drauf, ich nehme jetzt kein Ding mit. Den vierten schaffen wir so oder so. Der vierte ist immer übel, der Vollidiot. Aber den müssen wir jetzt mit Schlägen zudecken. Ja, easy. Okay, den vierten machen wir jetzt nur. Nehmen, äh, easy die Dinge hier, die 15, die 15 Ruben mit. Den sollten wir bitte mit 70 Leben schaffen, Ingo. Ja, der, wenn uns außen... Ja, ein Hit noch. Bump weg. Okay. Gut, 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 gut. Ja, ja, das ist okay. Nimm den Preis. Das ist okay. Das, ja, das ist okay. Das ist okay. Training. Abmarsch. Abmarsch. Wieder ab ins Training. Puh. Ja, ich weiß es halt nicht. Ich müsste mal die Stats angucken. Wenn ich auf 20,9 bin. Das mache ich jetzt mal. Da werde ich jetzt mal die Stats sehen. Wenn wir wirklich auf 20,9 sind. Auf was für Stats sind wir jetzt? 1,9,17,10,4. 10.000 Dollar, Alter. Die Zahl schaut so dumm aus. Genauso wie die 20 halt hier, ne? Ich weiß nicht, ob das Game dafür gemacht ist, dass man so viele Stats aufbaut. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Irgendwie kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass das Game dafür ausgelegt ist, dass man so viele Dinge aufbaut. Okay. 1,9. 1,8. 1,5. Ja, ist glaube ich besser. 2,9 ist schon besser. Ja. Ist schon besser. Doch, doch. Hm. Hm. Wir pennen wir ja noch nicht für die Energie. Fürs Leben. Energie sollt ihr jetzt wieder da ich schneide gemossen. Ja. 90 ist easy. Nee. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das hier hinkautet. Ich check den nicht. Ich check das nicht. Aber naja. Scheiß drauf. Silber. Silber. Gib uns den Roundhouse-Kick. Du, 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 du. Gib uns den Roundhouse-Kick. So. Was? Ja, aber. Hm. Oder ist halt die Genauigkeit dann nicht mehr so? Kann mir da irgendwie nicht so den Roundhouse machen, tatsächlich. Oh, wir haben hier jetzt fast alles. Wir brauchen hier eigentlich nur kühler Kopf und Karate-Schlok. Und dann haben wir vom Weg des Tigers alles. Holy shit. Wir müssten jetzt halt wirklich nur noch unsere Gesundheit hochboosten, ne? Das könnten wir halt rein theoretisch jetzt auch mit Essen. Und dann könnten wir einen Hulk Hogan halt auch noch machen. Ja, oder wir trainieren jetzt einfach. Nee, wir trainieren uns das jetzt einfach nach oben. Komm, egal. Ah, ich bin sogar da genau mal überlegen, ob wir mich sogar noch auf 21 gehen sollen. Von der Geschicklichkeit her. Ah, das ist schon zu over the top, oder? 21 ist schon wirklich zu over the top, oder? Wie genau ist denn der Hulk? Ist der Hulk Hogan so genau? Hat der so eine Genauigkeit? Der hat 0,8. Ah, hier ist halt krass, ne? Der hat halt Blocken. Power Block. Erhöhlt sich seine Stärke. Kräftiger Kin-Hawken. Von dir reduziert das Geschick deines Gegners. Hulk Hogan. Puh, pupupupupu. Also vom Ding her. Den probieren wir jetzt dann auf jeden Fall gleich noch. Scheißegal. Easy. Köstlich. Schmechtlich. Saftig. Ich raste aus. Du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du. Fressen noch ein Steak. Jawohl. Ähm. Mit 83 Gesundheit will ich gegen den nicht falten. Ne, ich will noch auf 21. Ja, wobei. Ne, wir fressen uns jetzt hoch und kämpfen gegen den. Scheiß drauf. Das wird's egal. Das ist also zwei Pizzen und dann auf. Ne, wir nehmen jetzt aufs Maul. Let's go. Fuck it. Komm her, Hulk Hogan. Oh ja, 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 ja. Boah, ich bin jetzt so gespannt auf den Roundhouse-Kick. Boah, auf den bin ich jetzt so gespannt. Die Frage ist, soll mir den jetzt mitnehmen hier überhaupt? Ja. Alter, ist das ein Riese. Boah, ich glaub, der wird uns ein... Oh, Junge, der trifft uns zweimal. Der trifft uns zu oft. Der darf uns nicht ab. Aua. Das knock-out war's. Das knock-out hat uns knackbrochen. Fuck.